willkommen zurück jetzt gehen wir ein bisschen wettbewerben ich habe das leider schon gemacht der grund warum ich es nicht hochgeladen habe ist ich habe versehentlich den part gelöscht und jetzt muss das ganze noch mehr machen naja meist halt eben noch mal kann ja nicht schaden ich habe zum glück nicht viel gemacht ich habe in dem part wo ich nicht gesehen habe nur wettbewerb macht und bis zu ja ein bisschen ein paar trainer wie gekillt das heißt gekillt ausgeschaltet an welchem wettbewerb planst du teilzunehmen wenn du an einem cooles wettbewerb teilnehmen willst muss das pokémon cool sein wähle immer das pokémon aus das am besten zur kategorie des wettbewerbs passt und die passenden attacken kennt das ist das wesentliche nun ja gut von der kriegen wir anziehung die liebe zu meinem pokémon diese anziehungskraft ups das war gar nicht für deine ohren bestimmt tun wir auch immer wenn du an einem pokémon wettbewerb teilnehmen willst probiert diese attacke aus ja wie gesagt das anziehung bekommen gegnerisches pokémon verlieben lassen mit unserem pokémon und das kann dadurch manchmal nicht angreifen so hier wird das ganze stattfindende wettbewerb ich habe meinen pokémon zur anmut erzogen man kann seinen pokémon einen wettbewerb für anmut teilnehmen lassen ich bin so froh dass ich meine pokémon liebevoll aufgezogen habe so ich bin jetzt so ein pokémon ist scheiße das ist auch scheiße dann stinkt und ist scheiße und das ist einfach nur blöde ok ich meine dasselbe was ich im letzten part gemacht habe also in dem part war was sie nicht sehen konntest den ich gelöscht habe versehentlich mache ich jetzt wieder dasselbe und zwar pokémon wettbewerbe bühne für die normalklasse steht dasselbe auf der anderen seite wahrscheinlich ok was sagt er ein pokémon ist der kracher es ist cool stark schön anmutig und klug alles in einem ich werde mit ihm sämtliche wettbewerbe gewinnen angebe scheiß schnöse geht zu tadeus nach hause ihr werdet sicher die besten freunde an welchen wettbewerb nimmst du teil darf ich dir einen rat geben in dem wettbewerb zum beispiel in wettbewerb für anmut bewerten sie im ersten durchlauf nicht nur die anmut du solltest deine wege finden dein pokémon wettbewerb zu ziehen ja das hat auch noch glaube ich einen einfluss darauf wie wie viel herzen man am anfang kriegt wenn das pokémon ein mag aber ich glaube ich bin mir jetzt so sicher ich bin hier nicht so der oberpriot darin aber naja ok in welche seite wollen hingehen nicht nur die untere seite jetzt machen wir uns ein paar regeln für den wettbewerb und zwar wollen wir einen fritzelblitz teilnehmen lassen dazu brauchen wir coolness pokémon siegel und für coolness brauchen wir amrena bären nur die erhöhen die coolness vom fritzelblitz das ist doch echt cool oder ich dachte je nachdem wie man sich hinstellt ist dann der pfeil anders funktioniert allerdings ist es doch nicht so also im letzten den was ich gesehen habe war ich wirklich schlecht mit dem mixen hoffentlich bin ich hier besser ja und ich bin besser ist als in dem part den ihr nicht gesehen habt so gleich haben wir es je schneller es ist desto besser regen kommen raus ich mache das jetzt fünf mal dann haben wir fünf riegellevel ja fünf riege heute die müssten reichen für kurze blitz fürs erste so ist noch viel was gibt er denn vier bären rein maronen bären glaube ich oder keine ahnung citro bären keine ahnung ach verdammt ein x und das ist die fahrradmusik was da gerade läuft kommt immer wenn man auf dem fahrrad steigen fällt mir gerade so auf na jetzt aber ich bin so schlecht also jetzt fange ich wieder an zu failen das gibt's doch nicht bin so schlecht ich bin so schlecht aber immer noch besser ist der opi also in dem gelöschten part hätte ich sogar fast gegen den opi einmal verloren so schlecht war ich das hättet ihr nicht sehen wollen nachkommen wenn ich keinen doppelkreis bekommen ich krieg immer noch ständig normale kreis ich will doppelkreise doppelkreis 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 jetzt aber doppelkreis in das markt edition da gibt es so einen bären mix meister bei dem ist immer ein doppelkreis wenn das vorbeigeht und da kriegt man immer die besten werden heraus allerdings gibt es den nur in der smart edition in der rubin nicht ja jetzt hat man ja knapp gewonnen wie viel wollen wir noch machen zwei dreimal oder zweimal noch dann geben wir die regel unserem fritzelblitz und man nimmt es auch am wettbewerb teil und eben in dem offscreen part habe ich sogar mit fritzelblitz gewonnen vielleicht hier sogar auch mal schauen weil es haben auch recht und es kommt andere pokémon gegen die wir dann abspinken bin ich so schlecht oder durch nur so ich glaube ich tue nur so das letzte ist auch kein mensch auf der welt hallo doppelkreis 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 BK-2 jetzt habe ich wahrscheinlich verloren oder Ja doch nicht aber es war wirklich schlecht gerade von mir okay noch einmal und dann müsste reichen dann geben wir die regel unseren fritzelblitz wie gesagt was ich glaube ich schon zum monatens mal gesagt habe aber na ja Ah, jetzt haben wir einen Doppelkreis Doppelkreis, Doppelkreis Kein Doppelkreis, kein Doppelkreis Kreis, Kreis, Doppelkreis Doppelkreis, nein Ich sollte nicht sagen, was ich immer bekomme Konzentration Das ist der Schluss zum Erfolg Oh, so schnell war es noch nie 100, 107, 110 Oh, geil, so schnell war es noch nie Gut, das war's Verdammt, jetzt bin ich nochmal auf Jahr gegangen Ich will nicht mehr Verdammt, das kann ich mir zurück machen Okay, dann mache ich eben nochmal Irgendeine andere Bäre, Nürbe Er hat eine Frage hier, glaube ich, rein Aber ich weiß nicht Wie gesagt, ich kenne mich mit Bären nicht aus Okay, das ist aber wirklich das letzte Mal Und ich kriege hier nur Kreise Ich ziehe hier meine Kreise Hallo Oh Mann, so langsam war es ja noch nie Das war die schlechteste Runde Siam Okay, nein, keine Bären mehr Übrigens ist das verbuggt Das, was angezeigt Anzeigt, was für einen Schönheitswert Das Pokémon hat Das ist am Emulator wieder verbuggt Ich zeig's euch schnell Ne, das sieht so aus Yeah, unser Pokémon ist so Das ist voll das Beste Ich glaube, das ist viel nicht Zack Und noch einmal Zack Das könnten wir die anderen Unser Fritzelblitz auch noch geben Aber es passt schon Es gibt ja nur eine begrenzte Anzahl An Regeln, die man einem Pokémon geben kann Unser Fritzelblitz spielt hier jetzt einfach mal auf Coolness So, wir haben eine Wettbewerbskarte erhalten Die brauchen wir, um teilnehmen zu können Ich bin viel zu schnell Im letzten Part war ich viel langsamer In einem Pokémon-Wettbewerb zeigen vier Trainer jeweils Eins ihrer Pokémon, einer der Jury Der Wettbewerb besteht aus zwei Durchläufen Im ersten Durchlauf wird geprüft Wie gut das Pokémon beim Publikum ankommt Im zweiten Durchlauf muss das Pokémon Mit der Ausdruckskraft seine Attacken überzeugen Die Attacken müssen sorgfältig gewählt werden Damit sie dem Juro Ich sag dauernd Juro Aber ich weiß nicht Ich weiß nicht, ob man Juro oder Juro sagt Wie sagt Juro? Ins Auge fallen und das Publikum begeistern Versuche die Attacken gut zu platzieren Am Ende werden die Ergebnisse bei der Durchläufe addiert Das Pokémon mit dem besten Ergebnis Wird zum Gewinner erklärt So, jetzt deine Pokémon Ja Nimmakunis Und äh Fritzelblitz Ja Wir haben die Nummer 4 Der Wettbewerb wird in Kürze starten Bitte vor jemandem, viel Glück Ich hoffe, wir haben Glück Hallo, fangen wir nun mit einem Normalklasse-Pokémon-Coolness-Wettbewerb an Die folgenden Trainern der Pokémon nehmen teil Fifi von Jimmy Nächste ist Schwalbi von Helena Helena von Troja Flurmi von Silke Okay, das sind komplett andere Pokémon als die, die ich im Glacier-Part hatte Boah Like a boss Nun haben wir alle vier teilnehmenden Trainer Pokémon gesehen Ja, egal Dafür ist die Bewertung Das Publikum entscheidet, welches Pokémon am besten gefällt Da fehlt ein Ihnen Von euer weiterer Verzeugung kommen wir zu eurer Bewertung Das war wie bei Millionär mit dem Publikums-Joker Die Bewertung ist nun abgeschlossen Bitte Lass Ne Während Lass, während dies ausgewertet wird, kommen wir nun zum zweiten Durchlauf Im zweiten Durchlauf zeigen uns die Kontrahenten die Ausdruckskraft ihrer Attacken Hoffen wir Lass sie mit ihren Vorführungen Lass sie uns mit ihren Vorführungen den Atem hoch Ich muss besser lesen Hoffen wir auf Enthusiasmus Lass die Vorführung beginnen Okay, was setzen wir zuerst ein? Das ist dann das Erste Daher würde es sich lohnen Schockball einzusetzen Ausdruck gelingt sehr gut Wenn dann beim ersten Mal vorgeführt Schwalbi Ich meine, Fritzelbitz an der Spitze An der 40 noch mehr So, das waren jetzt, äh Sieben Sterne Spalbi setzt sich an die Spitze Glaub ich, oder? Ja Verdammt, der versucht dasselbe wie wir zu machen Aber wir machen das abwechselnd Weil einmal ist er dran, einmal sind wir Daher dürfte es eigentlich passen So, Flummi spielt sehr auf Verschrecken Und Nervosität Bewirken Ach verdammt Ach verdammt Ach nee, das ist ja gar nicht unseres Äh, fail Okay, keine coolnessattacke Sonst kriegt Schwalbi den Publikumsbegeisterungsapplaus Die Kondition von Fifi steigt Oder stieg Verdammt, jetzt kriegt Schwalbi die volle Punktzahl Was jetzt an erster Stelle ist Naja Dann mache ich jetzt folgendes Und zwar Äh, ich muss nachdenken Ich glaube ich irritiere Schwalbi mir ein bisschen bei Jetzt kriegt er im Publikumsapplaus Wie gesagt Das, jetzt kriegt er viele Herzen Ja, ihr seht's Schwalbi kriegt viele Herzen Von der Welle Es versucht die anderen Poker uns zu verschrecken Schwalbi ist so irritiert, dass es stolpert Oh, hast wohl jetzt einiges verloren, wa? Flummi wird wahrscheinlich wieder Schallwelle einsetzen Glaube ich zumindest Brüller, es bringt die Reihenfolge durcheinander Gut, dass wir keinen Ruckzuckieb eingesetzt haben Weil er hat die Reihenfolge jetzt eh wieder Durcheinander gebracht Und jetzt kommt Oh, der versucht Fifi ihn zu verschrecken Und Es funktioniert Die Klugheit von Flummi war nicht sehr gut Oh mein Gott Okay, momentan flühen wir ganz knapp Ach, was haben wir Ah, nee, das war ja die Reihenfolge, die durcheinander gebracht wurden Oh nee, Flummi versucht uns aber Setzt wahrscheinlich irgendeine Verschreckattacke ein Oder Nervositätsattacke Früher, Schwalbi, ich setze Ruckzuckieb ein Nee, Aufruhr, es bringt die Reihenfolge durcheinander Ich dachte, der setzt irgendwas zum nervös machen ein So, der kommt Ruckzuckieb, oder? Ja Er will auf Platz 1, um seine Taktik zu machen Mit Aero Ass Allerdings Holen wir uns jetzt den ersten Platz Und Schwalbi fällt zurück auf Platz 2 So, im nächsten Zug setzen wir dann die Die Schockwelle wieder ein Und dann kriegen wir wieder sehr viele Punkte Oh, Fifiin kriegt jetzt auch viele Punkte Plus ein Kognitionsherzen Eiei, wir sind alle momentan gleich gut Bis auf Flummi Flummi kackt momentan sehr ab Und jetzt Schockwelle Flur wird uns zwar wieder verschrecken Und dann werden die einiges verlieren, aber egal Ja Schwalbi kriegt dafür keine Punkte So, was setzt Schwalbi ein? Ich bin schon ganz gespannt Er war's Ja, bist aber nicht an erster Spitze Selber schuld, ich hab dir den Taktik versaut Jetzt kann es aber sein, dass Flummi jetzt die Publikumsbegeisterungspunkte bekommt Wenn Schallwelle cool ist Nein Eins, zwei, drei Eins, zwei, drei Okay, Schwalbi kriegt nix Dafür kriegt Flummi volle Publikumsbegeisterung Und Fifi wahrscheinlich wieder Bodyjack, oder? Nee Voila Er bringt die Reihenfolge durch den Ende Ob da abgekunden ist von Fifi, war's schon gut Ey Okay, äh, ja Ich glaube, wir führen ganz leicht Oder kann auch sein, dass Flummi ein bisschen führt Jetzt so Oder, ja, Flummi führt ein bisschen Sehe ich gerade Ah ja, das kann knapp werden Ich, ich tue mal ein bisschen verschrecken mit Donnerwelle Das müsste so hinklappen So sehen wir die letzte Runde Es wird sich der, der anderen Pokémon mehr bewusst Also Bodyjack ist voll Overball, aber da kriegt man immer fünf Sterne Oder sechs, oder keine Ahnung Okay, und jetzt verschrecken wir die Leute ein bisschen Donnerwelle Flummi dreht sich irritiert um Fifi ist so irritiert, dass er stolpert Oh, ein Minusherzen Ja, das könnten wir sogar gewinnen Wir haben mit Fifi jetzt ein Herz abgezogen Ich glaube, das müsste reichen Soweit zur Ausdruckskraft Na, ich glaube, wir haben ziemlich sicher gewonnen Die Bewertung ist nun beendet Wir ziehen dann an die Teilnehmer für ihre wunderbare Vorführung Damit ist die Bewertung abgeschlossen Vielen Dank für alles Kommen wir nun zu dem, was unseren Puls höher schlagen lässt Die Bekanntgabe der Gewinner Der Juror scheint für die Bekanntgabe bereit zu sein Ich werde nun den Sieger bekannt geben Ja, das sieht man hier leider nicht, weil es verbuggt ist wieder Also der Wettbewerb ist allgemein sehr verbuggt Und mein linker Fuß ist eingeschlafen Ist es wirklich so langweilig? Ach, Mensch So Es wird spannend Werden wir gewinnen Der Sieger-Pokémon erscheint dann plötzlich Und Wir haben gewonnen Geil Teilnehmer Nummer 4 Wahrscheinlich so knapp mit einem Herzen Vorsprung Und so Vor Fifchen Kein wiederum Fritzeblitz Herzlichen Glückwun Äh, vor Fifchen, eher doch Vor Fifchen, habe ich ja gesagt So, jetzt kriegen wir ein Band Bringt zwar nichts, aber naja Jetzt können wir halt an einem Super-Wettbewerb teilnehmen Der befindet sich allerdings in Laubwechselfeld Und dort Werden wir auch jetzt da hingehen Und den Interview, den ignorieren wir mal getrost Der macht gar nichts Okay, was machen wir jetzt? Ich Ja, fahren wir zurück Nach Malvin Froh City Wir haben hier jetzt alles erledigt Das Pokémon ist eine müssen wir nicht gehen Unsere Pokémon sind geheilt Gehen wir gleich direkt hier lang Aber zuvor möchte ich die Siegers noch ansprechen Denn wir haben da noch ein bisschen was übersehen Wir kriegen da noch ein Item von denen Ich habe noch nie einen Trainer gesehen Der seine Pokémon so meisterhaft einsetzt wie du Aber ich muss dir auch sagen Mein Sohn ist stärker als du Er hat sogar die Pokémon Liga ausgeführt Das solltest du wissen Boah Es steht außer Frage, dass du stark bist Aber wenn du gegen meinen Enkel antreten willst Brückt dir das nur Training der Frustration ein Er ist viel stärker als jeder Trainer, der unsere Familie kennt Er müsste jetzt gerade eigentlich dabei sein Die Pokémon Liga herauszufinden Er herauszufordern Wie ich meinen Enkel kenne Ist er mittlerweile bestimmt schon der Champ Wir benutzen dieses Machoban Und die Pokémon im Training noch mehr zu stärken Da du unsere gesamte Familie besiegt hast Brauchst du es vielleicht gar nicht Aber wir möchten dir dieses Machoban Aber wir möchten dir dieses Machoban Trotzdem wir eine schenken Machoban Ich habe keine Ahnung was es bringt Irgendwas was die Werte verändert Schau schnell, Moment Beutel, Machoban Beutel, Machoban Bewirkt das Das es größer wird Aber die Initiative senkt Keine Ahnung was das bringen soll Mami stärker als Papi Ich bin stärker als Mami Und Omi stärker als ich Und mein großer Bruder ist noch stärker als Omi Ey, wie alt bist du? Egal machen wir uns auf den weg wie gesagt es gibt kein part ohne einen kampf und den trainer kann wie auch immer oder ein pokémon kann sagen wir gehen jetzt auf dem weg zum verdammt zum schluss werken vergesst auch den namen und zuerst möchte ich nach laub wechselfeld müssen wir auch wenn du deine pokémon nicht ein bisschen besser trainiert wird es schwer sich hier durchzukämpfen ich habe gehört dass die top 4 der pokémon liga um einige schwere zu besiegen sind als die arena leiter und wer seid ihr denn paparazzi oder was wir haben einen sehr stark aussehenden trainer gesehen kam er ab interviewen wir jemanden ein reichen pokémon wettbewerb gewonnen habe es doch nämlich jetzt kommt paparazzi die weg paparazzi eine herausforderung von paparazzi hier und oder machen wir so fällig ne ich habe immer noch knills an der stelle die level ich weiß nicht ob sie gleich sind wie im letzten part oder ob sich ein bisschen verändert hat also ich habe versuchte so zu trainieren wie ich sie auch im letzten part trainiert habe so erstmal wird flirme ein bisschen paralysiert ach komm kein hyperscheid langweilig ich jetzt ein bisschen ne der flirme kann nicht angreifen wegen der paralyse ist auch schön jetzt paralysieren wir mal ein kilo falls der doppelkick nicht treffen soll und er trifft allerdings das heißt wir haben unseren unsere donnerwelle verschwendet aber naja ich dachte sie was genutzt wenn jung blut sich selbst verletzt hätte und jetzt erreicht level 8 und wo es gar nicht in unserem team gehört so flirme strecken ein bisschen und derzeit wird es geschockt mit schock will er uns zertreten mit einem doppelkick so ihren schock fürs leben fasten wohnen kill schade so das soll es jetzt mehr ruckzuck gibt es besser ruckzuck und tschüss gott die hat mir erledigt die paparazzis mein gefühl hat nicht geht so erst nicht getrogen der train ist wirklich erstaunlich ich gebe kein interview deine mutter gibt ein interview es war über porno tv so ich weiß ja nicht wo du hin willst aber ich sage was aber was sagst du zu einem kämpfchen ich muss meine alten omi ins krankenhaus sie ist am sterben lass mich bitte durch ok lass dich durch aber erst nach dem kampf herzlose schwein ok äh vielleicht probier es einfach mal donnerwelle auf diesen pflanzen pokémon ich muss mal schnell was schauen ok ich tu gerade die call of duty pass konvertieren es dauert jetzt schon eine stunde lang und ist es gleich fertig kann also sein dass sie gleich einen titel tun hören könnt hören könnt aber ich glaube es dauert noch ein bisschen dafür also eher unwahrscheinlich sind noch 30 prozent dauert noch und wir nehmen noch sieben minuten ungefähr auf 6hmm kränzelt wechsel einfach mal zu Jungluder, mach schnell ne, jetzt haben wir zu riskant, zwei Knilz, Gift, Attacken drauf hat, vor Null sag ich nur so und jetzt Glut also gut, ich greife an mit Glut so, warst du es jetzt? nein, natürlich nicht, eins hat sie noch, in Reserve Meryl können wir gegen Meryl Miniatom einsetzen? Ich machs einfach mal ne, es kam Walzer, ich hab vergessen, Meryl kann Walzer kein Walzer, bitte, kein Walzer, kein Wal... danke ich sage kein Walzer, aber es kommt Walzer das ist wieder das klassische KLP Pech und ich mach mal eine Pause I'm back und jetzt... Schock, 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 Schockwelle das war für meinen... ich hasse dieses Meryl ich hasse es und jetzt greift es gerade aus Zwang mit Walzer an na gut, Walzer muss man immer machen, nachdem man es einmal eingesetzt hat das ist fünfmal das ist immer stärker aber gegen meinen Miniatom war es einzusetzen, das war viels das ist echt ironisch äh, ironisch pui, du bist außerdem nicht gut ich weiß ich werde das nie vergessen mit meinen Miniatom niemals so, ich glaub hier hab ich dann auch den Part beendet aber ich bin dann zuvor ins Pokémon seine zurück gelatscht weil mein Miniatom äh, ja, draufgegangen ist auch in diesem Part, was ich jetzt da nachholen muss auch war es wieder der Walzer, der ähm, Miniatom damals gekillt hat deswegen ist es mir auch sofort eingefallen, als ich Meryl gesehen habe und es dann auf äh, Miniatom gewechselt habe das ist mir selber passiert er lernt nicht auch seinen Fehlern naja dann haben wir heute einen etwas früheren Part das liegt daran, weil ich heute ein bisschen schnell war weil ich ja alles schon kannte naja, aber ja dafür gibt's morgen vielleicht ein bisschen einen längeren Part weil morgen haben wir viel zu tun im Pokémon vielleicht fangen wir morgen sogar unser zweites Team äh, unser viertes Team Pokémon wenn wir schnell sind hab ich doch eher nicht gut dann äh, mach ich hier ähm, ja Pause für Serastit dann sehen wir uns im nächsten Part wieder tschau Leute